Ja, ich bin Adam, bitte was. Yo, Mati, morgen dann Diamond. Anders. Mir fallen nur vier Punkte, das ist so ein Müll. Ach, ich bin schon Diamond, lö. Ja, leck mich, weil du ohne mich spielst. 100 Brotraum, 100 Brotraum, 100 Brotraum. Ähm, warte mal. Nein, 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 was ist da passiert? Nein. Warte mal, ganz kurz. Hat die. Ich glaube, ich habe irgendwie, ich habe das gesehen, ich habe so den Namen, habe ich Relain gesehen oder wer hat den umgebracht gerade? Ich habe es mittenhalb aus dem Augenwinkel gesehen, wer war da gerade alles noch? Yo, entweder ist es der Jani Nator oder der Typ, der sie heute, äh, der Morphium oder keine Ahnung, auf jeden Fall. Mati, wirklich, ich schwöre, 100 Prozent, ihr habt den nicht umbraucht. Er war auf einmal tot. Er war einfach tot. Das können jetzt auch mal sein, dass die beiden... Henrik steht vor mir am Scanner. Ich warte und auf einmal ist er tot. Wo steht er am Scanner? Henrik? Ja. Mit bei, mit bei. Okay, okay, ich sage jetzt mal so, Lisa war es nicht und Tom, ich sage so wie es ist, du bist der kleiner Bastard, aber wir vertrauen dir trotzdem mal. Ohne Scheiß, ich war es nicht. Kann jetzt auch sein, die beiden waren Lover. Henrik wurde gar nicht geprägt. Ja, ja, das kann sein. Das stimmt, er war auf einmal tot. Er war einfach tot. Ja, das ist dann okay, dann bin ich alles zurück. Dann ist Henrik einfach umgekippt, weil Adi getötet wurde. Ja, das kann sein. Okay, dann müsst ihr sagen, was mit Adi passiert. Das habe ich jetzt keine Ahnung. Also ich glaube, Adi war irgendwo links mit mir. Ich war gerade da, wo man die Flaschen auffüllen muss unter dem Baum da in dem Raum. Und ich meine, Adi ist vor mir gelaufen und ist dann an diese mittlere Konsole, die in dem Raum ist, von dem du... Ja, der Müllstücker, da habe ich euch ja gesehen. Genau, und da stand er und ich bin in den Raum. Und dann wurde reported. Also ich habe ihn nicht mehr gesehen, was er gemacht hat. Ja, er ist gestorben, er ist umgekippt. Das habe ich gesehen. Uplay war oben. Also ich war es nicht. Da habe ich noch gesehen, da habe ich noch über seine Skin gelacht. Aber es ist noch irgendjemand vor Adi gelaufen. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Ja, wie gesagt, ich bin da mit euch gelaufen, habe dann Adi und noch irgendeinen Namen oder was Adi, irgendjemand anderes halt, dessen Leiche gerade umgekippt ist. Und dann habe ich Relain deinen Namen kurz gesehen und dann wurde schon reported. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Adi zuerst oder Henrik zuerst getötet wurde und dann Loverkill mäßig. Ich weiß es nicht. Ich habe nur Relain in der Nähe von der umküppenden Leiche gesehen. Ich weiß gerade nicht, ob es Adi oder Henrik war. Und wer war bei der anderen? Bei der anderen war Matze und Tom Hauke. Und Matze und Tom Hauke. Ich war auch mit bei, aber Matze war es nicht. Der stand da mit am Teleskop. Leute, ganz wichtig nochmal, bevor ihr gar nichts votet, macht bitte ein Skip-Vote. Nichts, gar nichts votet. Das ist absolut scheiße. Ich konnte nicht skip. Also gar nichts votet. Achso, warum? Wir haben doch Revis zum Ende geredet. Weil wenn gar keiner votet und nur ein einziger jemand anderes votet, dann hat ja eine Einziger einfach die Übermacht und kann alle rausvoten. Also dann einfach bitte skip. Okay. Okay. Weil es haben jetzt gerade zwei geskippt und würde ein Imposter zum Beispiel zwei Votes haben und dann sozusagen könnten die Imposter einfach gerade jemand rausgevotet haben gerade jetzt. Ah ja, Digga. Ja, hier war noch ein Klicks. Also, Re-Line, ich hab's gesehen. Ich war in den Camps. Ich sag das so, wie es ist. Ich sag, es ist Re-Line, weil der Re-Line redet viel zu viel. Ja, der Re-Line. Nee, das Problem ist gerade, ich weiß nicht, ich hatte gerade jemanden gesehen. Der ist gerade rein, oben rechts. Du, äh, war schon durch die Schleuse durch. Achso, in der Schleuse? Nee, Schleuse nicht. Ich bin gerade im Slap rein. Also, ja, ja, gerade im Slap, also vorne bei der Rakete bei dieser Tür da. Genau, da war ich. Da stand, außen stand Re-Line. Ja. Da drin stand Blue. Die ist tot umgefallen. Genau. Und du warst der Einzige, der dich noch im Bild hatte. Dann hast du aber Blödsinn gesehen, weil Lisa ist außen rein gerannt. Hat mich nicht gesehen, dass ich draußen stand. War es Lisa? Da stand es an der Tür dran, Blue und ich sind aneinander. Vorbei und... Läuft da vorbei und... Also, es kann auch Lisa gesehen sein. Entweder Re-Line oder Lisa. Wie läuft das? Also, ich war wirklich auch überrascht, dass von so weit weg die einen Kill machen kann. Aber ich stand ja noch weiter weg. Wenn du in der Kamera das gesehen hast, hast du gesehen, dass ich viel zu weit weg für einen Kill stand. Ich musste sogar hinlaufen zum Reporten. Ich hab's nur gesehen und dachte mir, komisch. Also, Lisa auf jeden Fall. Naja, gut, also könnt ihr jetzt gerne machen. Ich hab Re-Line gevotet, weil ich schon mittendrin war im Lab und Blue gar nicht mehr gesehen hab. Ich hab ja sogar gesehen, dass die Kamera on ist und Re-Line vorne am Eingang steht vom Labor. Oh. Damit hab ich nicht gerechnet. Da sind sich die Leute beuneinig. Warum jetzt, Lisa? Weil... Okay. Nee, die Runde hat begonnen, deswegen. Mhm. Mhm. Schiff auf. Das fehlt nichts, das fehlt nichts. Ich hab Schiss, ich hab Schiss. Hier könnte man gesessen werden. Oh oh. Oh oh. Oh oh. So, wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Nicht der zu. Freeland, es tut mir so leid, ich wollte dich nicht hassen. Junge, Daniel! Daniel, Bruder, wieviel hast du abgestochen? I'm so sorry. Also ich war gerade Undertaker. Ja, und wenn du alleine bist, hast du weniger Kill-Cooldown, aber sonst macht er nichts anderes. Ja, der letzte Kill war actually von mir. Ich bin dann im Vent als Geist entstanden und da muss ich, glaube ich, nicht erwischt werden, oder was? Ja, aber ich check, wir haben doch gerade eben noch Fünde für, okay. Aber dann, hey, dann hätten wir noch eigentlich immer noch. Genau, weil du darfst nicht gesehen werden als dieser Geist-Form. Du kannst als Among Us-Figur noch rumlaufen, aber darfst nicht angeklickt werden. Die Leute, die noch leben, können dich anklicken und dann stirbst du sozusagen nochmal. Aber wenn du es schaffst, alle Tage fertig zu machen als dieser Geist, dann hast du automatisch selbst gewonnen. Okay, dann gehen. Okay. Ich war direkt wie hierhin. Oh, ja. Okay. Ich bin gerade reingekommen. Nein, was war das? Äh, in das mittlere Räumchen da, wo ich einen Tast machen muss. Wir waren in Coms, Relain kam rein, hat mich nicht gesehen, ich stand um die Ecke, hat Matze abgestochen. Also das ist komplett gelogen. Er war drin, ich habe die Leiche, eine grüne Leiche, also Matze gesehen und er hat schnell getrötet. Tom of you, wir waren da irgendwo und dann kam da nicht eben Wulle dazu? Ich denke, ich denke fast, ja. Also ich bin auch so Wulle im Moment. Ja. Also ich habe, wir waren in den Meetingraum laufen sehen, wollte nur wissen, wer das ist. Dann habe ich Uplay und ich weiß nicht, wen noch gesehen. Wen, mich. Tom of you, oder wie? Ja. Äh, ja, mehr kann ich nicht sagen. Und dann bin ich halt runter, weil Coms, also ich bin wieder zurück zu Admin, dann hatte ich den aktiviert, Coms war aktiviert, deswegen konnte man nichts sehen. Wollte ich Coms fixen, war gefixt, dann bin ich reingegangen in Coms. Und Matze kam hinterher, Relan hat ihn abgestochen, hat zu spät gesehen, dass ich drin bin und hat ihn abgestochen. Nein, nein, und ihr wisst genau, wie groß Coms ist. Also wenn du da reingegst, ist alles geregelt. Also Relan, du weißt dann, dass du Wolle wählen musst jetzt, ne? Ja, ich wähle auf jeden Fall Wolle, wenn ich, ich bin auch eine spezielle Rolle, wenn nicht, nehme ich mir Wolle gleich vor. Mhm, okay. Würde ich jetzt auch sagen. Würde ich jetzt auch sagen. Also, ähm. Also solltet ihr mich, solltet ihr mich wählen, bitte Relan nach mir kicken. Weil es gab vorhin, die Runde vorhin hat mich schon komplett auseinandergenommen, als Relan mich hinterrücks abgestochen hat. Hätte auch niemand erwartet. Und dann waren alle überrascht. Ja, stimmt eigentlich. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Du darfst nicht mehr reden, nie, nie, nie. Hm. Du darfst nicht mehr. Du darfst nicht mehr. Das war's für heute. Da ist ne Leiche. Und Lou ist raus, ja. Lou ist uns entgegengekommen. Haha. Von mir auf finde ich das hinter rein und Lou ist raus. Ich bin grad von Spass, und dann einfach direkt raus. Ja, aber da hätt ich die Leiche auch sehen müssen. Ist ja relativ einfach. Ein Dings ist schon raus. In der Dusche. In der Dusche? Ja, ganz hinten. Das kann ich doch nicht sehen. Wenn da wirklich was war, dann kann ich einfach dran vorbeilaufen. Also Lou war tatsächlich im Labor. Ich hab sie auf der Kamera gesehen. Aber ich hab sie halt im Rauslaufen gesehen. Ja, weil ich bin grad einfach im Spass im Man durch. Bei den Wasserrädern, also wenn es wirklich oben im Spass im Man da war. Leute, aber ist das ja doch auch manchmal, dass man einfach Leichen übersieht. Sorry, ich bin einfach lang vorbeigelaufen. Ich hab mich drauf geachtet. Wann ist das jetzt Pech? Das ist jetzt einfach, das find ich jetzt grad nicht fair. Das ist ein Riesenkurs. Sorry, aber Also diesmal bin ich, Herr Riff, du kannst keine Ausrede haben, dass du jemanden gekillt hast. Ach nee, da wärst du ja auch selber gestorben. Ja, im Notfall, im Notfall, Reline, du tötest sie. Ja, aber das, ich find es grad echt ziemlich wies, ich bin einfach nur hochgerannt und ihr kamt da die ganze Zeit mir entgegen und kann auch sein, dass ihr den gerade umgebracht habt und dann sofort Self-Empout gemacht habt. Ich bin hier, er war in Camps, wer war in Camps? Gerade eben war ich noch kurz drin, ja. Ja, du müsstest Uplay und mich eigentlich dann da reinlaufen haben sehen. Nee, kann auch sein, dass ich in dem Moment grad woanders hingeguckt habe. Ich hab nur gesehen, wie Lou aus dem Labor rausgelaufen ist und Adi hab ich halt unten bei den Wasserrädern gesehen. Jemand anderen nicht. Ja, gut, ich kann nur sagen, ich bin halt dran vorbeigelatscht. Ich hab einfach wirklich nichts gesehen. Wirklich ohne Scheiße. Das ist jetzt natürlich kümbelnett, wenn ich's übersehen hab, aber war nicht absichtlich. Adi, Worte? Äh, ich mach ein Skip. Okay. Ah. Ach man, ihr ausrechnet mich. Das ist super lustig. Das ist nicht unfair. Und damit, meine Damen und Herren, haben sie gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Ja. Warum, Lou? Warum? War der Hass? Der Hass? Haben wir Glück gehabt, dass sie mich nicht rausgewählt haben, sonst sind wir von nur eine Runde genug. Dann hält's auch. Äh, okay. Also ich will nicht sagen, aber ich hab, die ersten vier Runden bin ich nicht einmal gestorben und nun füttel mich zweimal hintereinander. Was ist denn? Ah, nee, das muss ja so sein. Ich mein das nicht persönlich. Ich bin einfach nur im Stress. Ich bin so überwüdet gerade. Ich kann nicht mehr denken. Dann bin ich Impostor und, ah! Es ist einfach so. Ja, du siehst einfach nur was Schwarzes. Ja, Bartmann und ich, wir haben einfach beide Kills aufgeklärt. Traumduo. Naja, ich bin dann raus für heute. Viel Spaß. Okay, ciao. Ich bin einfach überfordert. Mein Gehirn kocht, Hilfe. Ähm. Ich mach die ganze Zeit Fehler. Oh Mann. Hui. Ich lauf überall gegen. Oh no, was ist gerade passiert? Henni, hier war es. Ich war schon draußen. Ich hab ihn in dem Ruf noch gesehen. Hm? Sagt wer? Adria. Hä? Wo war die Leiche? Wo war die Leiche? Was ist gerade passiert? Wo war die Leiche? Wo war die Leiche bei uns da? Äh, na, im Coms, also eigentlich genau in der Mitte, der Map. Ja, übrigens, ich bin schon losgelaufen. Henni hat gerade jemand genau neben uns gekillt und Lisa war auch noch da. Ja, ich hab nichts gesehen, welche in der Aufgabe war, deswegen keine Ahnung. Ich hab nur gesehen, dass Adi sich auch bewegt hat außerhalb meines Rahmens vom Download. Das kann jetzt beides. Äh, äh, was? Das hat mich beschuldigt, Adi. Ja, du hast gerade jemanden gekillt. Hä? Da, was? Wo warst du denn? Ich war gerade unten bei Asteroids drin. Hat das jemand bestätigen können? Leider nicht. Ich bin mit Lu, glaube ich, unten rechts, wa? Ne, du bist oben rechts, mit mir, du hast dich gerade gescannt. Hallo? Ja, aber ich meine, du bist halt nach unten gerannt und ich bin jetzt dir hinterher nach unten gerannt. Ach so, ja, das kann sein. Deswegen sind wir halt beide. Ja. Du bist halt der Tür schneller so als ich gewesen. Ja. Deswegen sind wir beide auf der rechten Seite gerade. Ach so, ja, das meinst du, ja, auf jeden Fall. Das kann ich beschreiben. Also hast du gerade wirklich was Rotes gesehen, Adi? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass du ein Messer rausgeholt hast und wir dann abgestochen hast ja nie. Ja, okay, dann gibt es hier so einen Shapeshifter oder Glitch. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, das... Hä? Also, ich bin mit Henrik zusammengelaufen, ich bin dann nach oben gegangen. Ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so genau sagen, ob er nach unten oder nach oben gegangen ist, weil ich ihn auch nicht wirklich gesehen habe, weil er nicht richtig in meiner Range, Sichtrange drin war. Deswegen keine Ahnung. Und wie gesagt, dort dann vor Ort, ich habe Adi gesehen, bin in den Download rein und habe dann, dann war vorbei bei mir. Ich habe keine Ahnung. I don't know. Okay, also es sind Henrik oder Lisa in der Nähe gewesen, weil Daniel und ich waren definitiv ganz woanders. Okay. Wenn Henny wirklich nicht der Richtige ist, müsste der andere Typie die andere Rolle von Henny angenommen, also die andere Rolle angenommen haben. Das stimmt. Aber welcher andere Typie? Es gibt keinen anderen mehr, außer zu. Ja, das ist mit einer Rolle. Wenn du shifter bist. Ja, natürlich Morphling oder so, dass der mit reingegangen ist. I don't know. Was passiert? Ich hätte jetzt noch mal eine Frage. Leute, ich hätte noch mal eine Frage. Wer war dafür, dass wir diesen Giant drin lassen? Und dann bist du schon wieder? Oh. Ich hasse denjenigen. Ich will nicht sagen. Was heißt das Giant? Man ist langsam. Oh. Oh nein. Man ist wie eine Schnecke langsam. Er ist wirklich langsam. Oh nein. Also ich will nicht sagen, aber die eine Runde, wo ich mit der Relain gewonnen habe gerade, da war ich einfach Imposter, Undertaker und Giant. Das war wild. Das geht. WTF. WTF. Du willst nicht wissen, wie schnell ich die Leichen transportiert habe? Ich stand auf einer Stelle. Ja. Oh mein Anfall. Ich versuche, ich versuche, alles. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.